...der eigenen Referenzgruppe bewegen. Wenn die Referenzgruppen sich zu weit voneinander entfernen, dann funktioniert das mit dem Neid gar nicht mehr so, weil die Vorstellung nicht möglich ist, weil das innere Bild nicht hergestellt werden kann, um dieses Gefühl hervorzubringen. Das ist Psychologie, das können Sie nachlesen. Wir haben jetzt keine Psychologie-Vorlesung, liebe Frau Engelhorn. Sind Sie Marxistin? Nein, weil ich an Ismen nicht glaube. Ich glaube, Ismen sind ein Problem, weil sie suggerieren, dass wir eine Antwort bekommen. Sie sagen, wir haben die Antwort, so, dieser Weg und nichts anderes. Stimmen Sie mit dem Kapital von Karl Marx und seinen Thesen überein? Ich finde, es gibt interessante Stellen in diesen Werken. Viele? Bestimmt, ja, wieso nicht? Weil Sie wie eine Marxistin sprechen. Warum ist es Ihnen so wichtig, mir einen Ismus anzuhängen? Wir reden jetzt nicht über Ismus. Finden Sie das Ismus? Wir reden hier. Wir reden hier. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no.